wieder da hallo und herzlich willkommen bei garrys mod wir sind auf der map bank diesmal sind wir noch ein paar mehr leute als letztes mal sind diesmal 1 2 3 4 5 6 7 8 leute stehen da die namen standen da eben habt ihr lesen können wenn es mir egal man das sagen hallo guter das ich bin ein stiermacher dass sie raus grüße ich bin ich bin Türsteher ich bin wir sind Türsteher Max wir halten ihn, wir lassen ihn hier drin ok? wir sind Türsteher ich bin der Zuhälter ich will Zuhälter sein, dann kann ich euch befehlen ey Leute kannst du sowieso ja du Sau es geht los ey Björn, wie bist du da rüber gesprungen? hier ist ne... Björn, warum hast du dich eingeschossen? Björn, Traitor-Frage-Zeit ich bin illustrat er ist Traitor Max, du dreh dich um, dreh dich um ja ok, ich dreh mich um soll ich töten? ich will kein Kame verlieren ich verlierst Kame, wenn du mich gehst gut, Ramp, ich vertraue dir jetzt einfach mal, komm mal mit ja ok, ich komm mit ich komm mit ich bin groß hier ist Metro's hinter mir wer hat ein hässliches wer hat ein hässliches Paket bestellt soll ich die Crowbar, die hatten immer noch ne Waffe ich bin, ich glaube Metro, der verfolgt sich so ja Metro verfolgt mich so Leute, Leute, Alter, was ist denn gelogen? ich höre dich, warte, geh weg Björn party ihr müsst mal leise sein, ihr müsst mal auf die Detektiv hören jaaaa rollt, ihr ist es auch so, Detektiv, was tun wir? die Bank nein, Metro, erinnerst du denn? Alter, war jetzt so gut weg oh fuck, die hat geschossen hier Ramtu, habt ihr die Jihad Bomb drinnen? äh, wenn die nicht standardmäßig drinnen ist, nein oh, das ist ja lustig, wer so als Tater in dem Aufzug drinnen ist hey das habe ich gebracht ich habe in der vorletzten Runde alle gekillt mit einer MC4 im Aufzug ja, Akarin, was sollen wir tun? er ist ja immer hinter die Detektiv hey, ich komme nicht mehr raus doch jetzt du hast unser festgepackt ja wie kann man nochmal die Stuhl spawnen? draufziehen und eh was kriegt das? ja, hier sind die Leute, die mich hey, wartet, wartet, ich bin in der Fahrstuhl nein, ich bin in der Hilfe können wir runtergefallen sicher? ja kein Kampf? nein, warum sollte ich? ja lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe oh, was war das? Alter, ich will einfach mal ich will da nur hoch zum Detektiv alter, 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 Alter der Ektor aufwischt die das war sowas noch schlecht der Detective braucht der Detective braucht mich wusste der Detective und die Tür ging nicht und die Tür ging nicht im Zu, ist on the way ich war's nicht, ich schwimme ich war's nicht, ich schwimme was war hier los? den Blutspritzer, den hab ich umgebracht ok das war der gute Preuty der war Traitor der weiß ich doch der hat mich doch angesp��t gerät wer fehlt was? Zwei oder drei Traitor? Ey, wo ist Fischi? Wo ist Fischi? Wo ist Fischi? Ich glaub nicht, dass da Fischi ist Du Fischi! Ich bleib beim Detective Wo ist der Detective? Klapp auf! Wenn ich sterbe, ist es Ramtu! Wir sind jetzt zu dritt und ein Traitor ist tot Kannst du bitte sagen, ob du den Traitor bist oder ne? Ich bin schon mit der Kräfte Ah, Ramtu Muschi Man kann Objekte zerstören Ramtu ist Schlamtu Oh mein Gott! Man kann Objekte zerstören, die übernommen wurden Wer ist der Lachen? Ich hab dann nicht getan Sind alle tot Ey, ich hab Fischi gefunden Ich hab Fischi gefunden Wo ist der? Sag mir Der lag da Der lag da Obersteig, Obersteig Ich bin's Alter, wirklich Ich bin's Oh Mann, 5 sind 3 Traitor gewesen, Alter 3 Ne, 3, 3 Traitor, Alter Und ich war der Beste, Alter Ich hab einfach alle weggesnackt Ich hab den Detective getötet Ich vertrau dir nie wieder in irgendeinem Spiel Es tut mir leid, das war... Doch, du, in Killing Flow musst du mir vertrauen Nein, ich vertrau Metro Da kann man, da gibt's überhaupt Team Beschuss Ey, mich vertraust du auch, mir vertraust du auch, oder? Nein, ich vertrau niemandem mehr Ey, warum nicht? Ich hab dich voll fertig gemacht Wir sind da seelenverwandte, ich hab dir ein Herzchen bei den Teamswegrechten gegeben Dafür hast du dich einfach rücklängs umgebracht Ja gut, das, das, das verlangt das Spiel, weißt du Alter, zum Glück kriegt man kein Leben abgezogen Ja, ist ehrlich so Ich liebe das Leben und das Leben, lieb du dich Geh Ich liebe, nein, was ist das Ich hab mich abgeschossen Ich vertrau dir wieder, geh weg, geh weg jetzt Ich hab mich abgeschossen Ich hab mich abgeschossen Bleib hier Los, hinaus So Du verlierst nicht doppeltes Karma Wenn du mich tötest Ich bin hundertprozentig innocent Und wenn ich auf Ich schlafe Hier ist Blut Akarin, Akarin ist es Akarin DNA Ich wurde von hinten angegriffen Komm, hier ist Blut Alter, ich war das nicht Junge, was willst du denn? Hinter dir schicken, lol Der war's wirklich nicht Fisch Ja, natürlich Jetzt mal ernsthaft Wer hat mich getötet? Ich 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 Vertraue dir nie wieder Oh, Bräut, Bräut Wie du einfach nichts gemacht hast, wir standen zu zweit bei dem Fahrstuhl mit der ersten Ja, so ist es besser so aufgefallen Die waren zu zweit, ich hab dich so schnell gekillt, dass die gar nicht mehr wussten, welch sie waren ja ich fahre nicht ab ab beweg dich mal auch durch die schon gar nicht mehr da hinten durch die tür da ist mir viel zu eng oh mein gott ich wurde abgeschossen ich wurde abgeschossen der bswilf der verfolgt mich immer der verfolgt mich immer er sagt man dann so wer ist denn der scheiß detective was machst du denn so allein ich habe keine waffe wo seid ihr alle ich habe gerade irgendjemanden sterben was ist denn hier los hatte wir schießen da ja geil ich hatte eine pistole ich bin der boss jetzt jetzt muss nur neun minuten überdauern dann haben wir gewonnen du bist denn jetzt hier der traiter au ich bin geschossen wer war das hat mich gesehen und da kann es nicht rein warte ich liebe echt so wer lebt denn noch alles der kann beschossen geil ich weiß gar nicht wo ich bin ich habe keinem was getan ich bin doch freundlich verstehst du das was ist hier überhaupt los wir liegen überall leicht und ich kann nicht mehr lol lol weißt irgendjemand wer ähm hier traiter ist ne ich war es aber ich bin tot du darfst gar nicht mehr reden man du auch nicht also ab jetzt absolut bitte ruhe bitte absolute ruhe das konzentration angepasst acharin wo bist du wollen wir zusammen halten geh weg ich camp jetzt hier bis die 8 minuten vorbei sind am besten alle drei überlebenden wir treffen uns zu dritt weil einer von uns muss ja traiter sein und die anderen beiden können dann den nein nein ich camp jetzt so äh 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 verblieben sind sieben minuten 40 bis die innocent automatisch gewonnen haben es ist mir jetzt sowieso nicht egal was ihr sagt nein was wenn du traitor bist das werden aber die anderen den leute nicht zulassen oh alter ist ein chuck norris gewesen hier waren hier sind einfach so fußabdrücke die wand hoch hier war chuck norris nein chuck norris ja das eine bild alter mit dem wenn wir einen hirn bekommen dann halt spiderman auch das kennst du beide vielleicht sind es deine zwillinge aber ihr werdet mich nicht finden ich habe einen ultimalticamperplatz gleich gleich halt schon weg fuck oder ne granate ne blind einfach in die luft geworfene granate tötet mich mit ne granate erworfen ich finde dich schon du schakal ja wenn du mich sogar suchst dann heißt es dass du traitor bist ne ich will bei dir sein ich mag deine nähe ja ich würde dir jetzt ein herzchen schicken aber ich hab da grad jetzt nicht so weisse ey in meinem ernst ich würde jetzt äußerst gern mal nur noch 6 minuten nach 20 leute ja 6 minuten bis dahin haben wir die ganze map durchgekehrt ich nein ich nein auch zu bewegen sich die stühle also unten bist du schon mal nicht du sau ne unten bin ich nicht das heißt du bist jetzt ganz oben du bist irgendwo im büro nein bin ich nicht nein bin ich nicht geh weg geh weg du bist irgendwo im büro temper nein ich doch nicht aber richtig heftig oder ja mann wenn man ein stuhl oder so ist das nicht mehr sein ich komm nicht aufgeladen hier ist ein stuhl oooh ein stuhl aber ich hab probiert mich schon zu diesem huhn zu verwandeln das funktioniert nicht schrank oder so hier ist noch ein stuhl 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 der zuckt oh mein gott alter aber schon zum biostuhl das vergeht an der zeit acharin wie machst du das was denn ich hab mich verworfen wo bist du denn ne der hat sie der sitzt hier verflogen der fliegt alter geh weg bräutti ich hab grad so ein paar lecks aus irgendeinem grund aber richtig hart was ist jetzt hier los da zuckt noch ein stuhl ihr verarschen ich hoffe ihr verzeiht mir jetzt diese lecks am ende ich weiß auch nicht was ich hoffe ihr verzeiht mir das dass ich jetzt eure zeit so vergewaltige er ist nicht mehr auf dem klo ich geh doch grad so lang dem wie so scheiße da ist irgendwas dann ist er draußen dann ist er bestimmt draußen hier läuft ein mülleimer terror der macht amok der ist irgendwo draußen in irgendeiner scheiße Ecke irgendwo außen ich weiß du hörst doch grad wo er die ach ne du hast die Tür geöffnet ne ja ich geh jetzt eine runde ich geh jetzt außen rum ne runde das geht nicht ich hab jetzt das geht nicht lol bleibst du mal stehen hier alter übertreib nicht mit dem scheiß ohne Mist man ich muss das nachher alles nur hochladen weiß ich wie viel gigabyte am video das wieder fährt wie du dich hier versteckst nein das schneid ich aber nicht ja doch nein das nicht aber das ist ja dumm wenn dann so ein stück fehlt dann ist der ganze spaß verloren ja dann machst du einfach so von spongebob zu ne überleitung rein 10 hours lebt der oder du warst einfach ganz schnell ja dann hören wir uns alle an wie mickey maus alter du schweinepriester man was du denn alter also vorher nur ein camperplatz geil ich will gar nicht nein nein wie findest du mich hier du sau ich wusste es gg ich dachte so hier kannst du hochgehen du schweinesau ja ich hab keinen Bock mehr ich hab keinen Bock mehr nein ja ach man wir haben es geschafft oder soll es kein Stuhl mehr sein wir sind die Besttester ich bleib jetzt einfach am Sport stehen ich hab keinen Bock mehr auch gut kein Ding man man Leute ich bin jetzt nicht alt man wir sind die Besttester warum wusstest du das ich hab eben da schon den Kopf gesehen und dachte ich dass wir irgendeiner der in die Tür reingerannt ist und dann dachte mir so hä kann doch gar nicht sein dann dachte ich da kann man bestimmt hochgehen und dann die letzten 20 Runden war ich da ja 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 los gehts über auf ja ich bin jetzt auf kaputt gemacht kaputt gemacht ich geh auf meinen Hof ich geh auf meinen Hof jetzt oh mein Gott das ist schön los gehts da runter kaputt ich bleib jetzt bei dir hey Leute lasst mal alle eine Party feiern so richtig Spaß haben ich bin unten auf Polo bei mir ist Fischi bei mir ist Fischi bei dir mit gestorben er bewegt sich so ein wie ein Traitor wer vielleicht ist ja sogar ein er hat mit so wie ein Traitor Hallo Ramtu Hallo Hallo hey Oberstrike Oberstrike Markus nimm mal den DLA-Tester wer ist Detektor hey Leute hier ist ein warum ist hier Max es hier vor uns nimm mal den DLA-Tester Markus 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 der die 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 ich habe keine Waffe ja ich suche ihr seht jetzt immer was soll ich jetzt was mache ich damit der das Blut dass sie gucken werde ich abgeschossen das ist aber so wenn ich war das zuvor ich dir und ja kann ich nicht wissen keine Waffe mit Rüstut die Tektiv ich habe keine Waffe wer auch die Tektiv krieg ich deine die Tektiv aus der Ecke vor sich ist der Rü ja auch abgift dass er die Tektiv die Tektiv L wenn man die Rettkoppel verliebt der wieder untergeworfen der Brücke gehört heute hier außen heute heute und Max laufen jetzt raus so mit der Träte bis rum weil ich bin er hatte ich bin er hat raus weil ich schüttelte gehört habe und wenn du da der in der Wien gewohnt und weil du dann in der Wien oder und ich bin fertig jetzt ein Oberstreich das kann er nicht wenn wir brauchen die auch eine Träte der Wiener töten er ist in der Vorurteile Schlimm werden diese Leute euch haben wir liegen mit seinen Namen bei ihr Eier ist klar er auch mal das wird er besser ein da war er hat getötet für sie nachdem gerade getötet ja Karina das war Pischi ich schwöre es er könnte nein Nein! Was denn? Markus, du darfst nicht reden, wenn du tot bist! Markus, verstehst du nicht, dass du dich reden, dass du nicht tot bist? Ja, die Regeln sind dir auch... Ich bin ein Lieber Mensch, ich töte keine Menschen! Ja, Markus, ist doch fuck egal, Alter! Leute, 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 kommt doch mal runter! Sein Ziel! Ah, eben! Ich töte keine Menschen, nein, nein! Also ich würde sagen... Ja? Ich gucke hier drauf und du gehst mal da in die Eingangshalle! Und wenn wir mal gucken, ob das klappt... Bräutti, 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 Bräutti zielt auf mich jetzt! Ja, sorry, ich wollte nur gucken wie du heißt, sorry! Meine Fris, du schiebst doch nicht gleich so hell! Sag mal, wenn du da bist für dich! Ich bin jetzt da! Man sieht dich sogar! Bräutti, 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 Bräutti! Ja? Ok, Bräutti immer noch... Bräutti immer noch... Hallo! Hallo? Na wie geht's dir? lol, lol die machen da so scheisse und währenddessen aber auf den richtigen alter maxx, der sunkiss falsche gar DEF, 0 BIT KFL mashes YAA Ja, klau mir die Waffen, du hast vollkommen recht. Ja, meins! Du wirst 100% aller Ausländer aus anderen Ländern kommen. Oh nein. Ah, hab ich jetzt gelesen. Alter, Karin, warum schießt du auf mich? Ich bin Detective, ich bin wichtig! Ja, ich hab jetzt Hammerfilet verloren. Wer ist die Detective? Nol! Bin wichtig, ich bin Detective! Wichtiglich! Wichtiglich! Alter, bei Metro! Mit dort eine Waffe! Ich hab 28 AP, aber es ist eine Waffe mit Angst. Wer ist der Scheiß, die Detective? Ey, Metro, gib mal Steuerung! Gib mal Steuerung! Ey, Kill gemacht! Gib mal Steuerung! Ich hab dich draufschwingen! Ich hab dich draufschwingen! Ja, aber! Was ist denn hier los? Ey, nicht auf mich schießen, Ratte! Was hab ich ja ge- Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Ich hab so, ich hab so harte Legs, Alter! Alter, ich hab grad dem Detective bei mir einen Headshot gegeben, auf einmal teleportierte sich zur Seite und ich hab sie gar nicht gehittelt! Das sind keine Legs, das ist ein Traitor Team! Wie beschissen sind unser Traitor Team gewesen! Ja, ich dachte ich kann den Detective einfach rothitten auf einmal, der das ein! Aber die sich zur Seite, wird verbildet! Was ist das, das sind keine Legs, das ist das Skill von mir! Wie kann man nochmal den Top öffnen als Traitor? hast du Fischi doch ich hab ja ne 100 ich hab ne 100 4 hier bin ich hier ja ich bin hinter dir da war auch noch 100 der Ping halt auch bist du nett Alter wie viel Kopierpapier haben die neuer Detektor wie viel Kopierpapier die Kapitänne das bestimmt eine Zeitungsagentur Verkauf Akari mit dem Wachsegeber als Nebenjob sind die noch Zeitung Akari hat den Wachsegeber mit dem Wachsegeber in der FPÖ als lieben Job sind die noch Zeitungsleute ich kann auch fett sind die Leute damit wird das MG ist so scheiße ne Fischi, Ramtu dein Detektiv B-Swift ist da auch noch lass uns drei lass uns viermal jetzt hier lang nach oben gehen ich hab mal viermal hinzugehen kommt wer mit danke kommt noch irgendwer mit draußen ist ne Smoke ne du bist ne ich bin Detektiv okay wo bist du ich hab dich das hier mit drei Leuten E1 aufzucht die zählt alle auf mich das macht mir gar nicht so gut Leute 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 Akari geht hier voller Action nicht schießen 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 Gott was macht ihr hier er bleibt gleich mit dem Röhrer mit euch doch nicht tötet euch seid doch nicht drüber röhrt doch die Leiche oberstein ja aber kann ich nicht Alter aber hat er die getötet wer schießt er will man auch losbieten bei der Träger war der Träger Warte das mal also Akari war auf jeden Fall Träger oder auch zwei Träger durch ja der Träger mit dem Traum, ich hab grad einen Träger gekriegt ja klar wir werden überprüfen wer ist hier? Rampso, oder? Ne, mit Frau nicht, Frau so wie D ich bin nett ich bin auf der Bank ausgebrochen, Mo wie viele sind noch am Leben eigentlich? Loll, die sind ja auch viele Leute, aber oh wie ist es auch nicht? gar kein Geschossener ja, das ist gerade auch ein Geschossener draufgekommen ich weiß, dass ich nicht Träger bin ich weiß, dass ich innocent bin, weil ich Akari gekillt habe ey, weil ich das innocent bin kann man ihn fortwüffeln? ist das? oh Mikro, ne, ich hoffe, die anzugucken nur einer von uns ist Traitor, nur einer von uns kann Traitor sein ich glaube, die zwölf ja, ich hab Akari gekillt ich hab Akari gekillt ja, ich bin das gar nicht fucker, ich steh hier hinten wer schießt noch? hast du ihn gerade getötet, Mann? er schießt auf mich ey, du hast auf mich zuerst geschossen okay, ich geb du ich hab einmal auf ihn geschossen ja, ich hab auch in die Luft geschossen wieso schießt du? weil ich denn in die Luft schieß, so wow also ich hab ja... das passt aber grad nicht so zu Situation, ne? passt das ist deine Lüge, ich hab keine Vermutung oh nur Traitor Lügen hab ich gehört oh wie wärs denn einfach, wenn euch alle umbringt hast du grad... ich bin tot okay, ich bin doch nicht tot oh alter also Inga, der wirft die Metro Metro ins... glaub ich Metro warum ich? und Inga, der wirft die Metro ins... ich bin Detective, tötet Metro Metro? okay, sollen wir Metro töten? sollen wir ihn töten? du sagst Metro töten? er war's nicht er war's nicht er war's nicht ich hab ihn zurückgekillt okay, er war's aber er hat ihn gekillt er hat ihn gekillt er hat ihn gekillt er killt mich oh scheiße nein oh nein Max das war sehr geil das war sehr geil wir sind wir sind ähn das war auch war war das war als er Ich glaube, Wasserstrike macht mehr nach. Was war? Ach, das war jeder! Oh, Mann, was so bescheid! Wie geil das war, jetzt hüttet ihr euch alle gegenseitig, ich denk so, hm, weh tötet ich jetzt! Jetzt alle Klaue! Ich so, Alter! Aber du hast doch zu gebeten, die hast du nicht gefehlt! Tötet ihr den! Ich wusste nicht, dass du nicht bist! Round over, Jungs! Und damit war es das von diesem Part von... Oh, dann hab ich Bier gebraucht, weil ich dachte, Bier! TTT! Wollt ihr alle mal Tschüss sagen? Tschüss! Hallo! Haut rein! Opfer! TTT! 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 Bis zum nächsten Mal.